Das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt laufen nach nunmehr drei Monaten zum 31. August aus. Tanken und Bahnfahren werden dann wieder teurer. Ab August ist der Mindestlohn in manchen Branchen, zum Beispiel bei den Steinmetzen, auf 13,35 Euro gestiegen. Schüler und Studierende bekommen knapp 6 Prozent mehr BAföG. Und BAföG-Empfänger, die nicht bei den Eltern wohnen, erhalten zudem höhere Freibeträge und Wohnzuschläge. Wer in Gemeinschafts- und Gesundheitseinrichtungen mit anderen Menschen in Kontakt kommt, unterliegt nun auch per Gesetz der Masern-Impfpflicht. Arbeitsverträge müssen nach einer neuen EU-Richtlinie transparenter und die Arbeitsbedingungen schriftlich fixiert werden. EU-weit tritt der Gas-Notfallplan in Kraft, bei dem sich alle Staaten verpflichten, bis Ende März 2023 den nationalen Gasverbrauch um 15 Prozent zu senken.